Die Islamische Republik Menschen, die hier sicher sein sollten, die an Kundgebung und Demonstration teilgenommen haben, die politisch aktiv waren, können abgeschoben werden. In Iran wird Folter und Tod auf sie. Die Gefahr am Iran ist nach wie vor sehr groß. Nichts hat sich an der Situation geändert. Trotzdem wird wieder in den Iran abgeschoben. In der Fall, dass die Situation in Iran keine Veränderung ist, wird die Iran abgeschoben. Asyl ist im Grundgesetz verankert, politisch für die Menschen verdienen ist, in Sicherheit zu leben. Aber die Menschen mit Rechtsverletzung in Iran werden viel zu wenig berücksichtigt. Wir vergessen so oft, wie gut es uns in Freiheit geht. Wenn ich in den Iran schaue, sehe ich so viel Leid. Ich wünschte, alle die Menschen, die in dieser Gefangenschaft leben, könnten hier in Freiheit leben. Aktuell ist ein Mann davon bedroht, nach einem Flughafen Asylverfahren abgeschoben zu werden. Was diesen Menschen dort erwartet, können wir uns alle vorstellen. Was die Menschen in der Zeit der Menschen, die er auszureden können? Mit diesem Fall, die eine Auszure in der Zeit der Iran-Azure verabschieden können, können sie eine Iran-Azure verabschiedet werden. Flughafen Asylverfahren werden schon lange von Menschenrechtsorganisationen kritisiert. Und wie man behaupten kann, dass Menschen aus dem Iran unbegründet in Deutschland Asyl beantragen, ist unverantwortlich. Die Recht der Flüchtlinge in der Flughafen in der Flughafen ist, die hinterher Frage gestellt. Es ist skandalös, dass trotz der Hinrichtungswellen und der Folter Menschen abgeschoben werden können. Deutschland kann nicht garantieren, dass diese Menschen im Iran nicht wirklich verhaftet werden. Im Gegenteil, die Gefahr ist noch immer konkret. Der Abschiebe-Stock muss umgehend erneuert werden. Bei Aks, die Gefahr in der Iran-Azure verhaftet werden kann, dass die Menschen aus dem Iran-Azure verhaftet werden müssen. Der Abschiebe-Stock muss umgehend erneuert werden kann, dass die Menschen aus dem Iran-Azure verhaftet werden können. Der Abschiebe-Stock muss umgehend erneuert werden können. Vielen Dank.